Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von In der heutigen Folge werden wir auf jeden Fall noch die Burg einlässt erweitern, nicht eine Sadensteil-Ding vergessen und wir haben hier Simple Wayset auf dem Server. Das bedeutet, dass wir immer mit so ingame jetzt reden können ohne Discord alles. Es ist ganz geil. In der letzten Folge haben wir hier einmal drei Beacons angeholt und fünf Eisenfarben gebaut und das kleine Starterhäuschen hier gebaut. Außerdem haben wir uns hier nochmal maximal gut ingekübt und es gibt bald das Ende und wir werden bald uns mit Netherite ausrüsten können. Das ist ganz geil und ich möchte jetzt erstmal hier noch ein bisschen alles einsortieren, weil ihr seht hier, ich habe hier Gold, Nagels, Goldmenschen und alles hier so unordentlich drin. Da müssen wir auch in der heutigen Sekunde können wir das Lager sehen. Es ist nur ein paar Schritte entfernt, aber äh fällt sich ein. Menschlich gesinnt, ziemlich abstoßend. Das ist das Lager fertig eingerichtet. Es ist übelst cool und meine Tools sind komplett drin. Menschlich gesinnt, ziemlich abstoßend. Ja, hier habe ich auch Silbermünzen hier, Goldmünzen hier eingelagert, damit wir alles drin haben. Bisschen Schnickschnack Stuff, bisschen Tränke, Entscharte Box. Da habe ich hier so Dekorationsblöcke, Arbeitsblöcke, ja äh... Rüstung. Also wir haben auf jeden Fall noch schon mal einiges hier vorbereitet. Ein paar Blöcke sieht man hier auch. Bisschen so Slaps Zeug, sowas Volumen von der Eisefarm. Aber apropos Eisefarm, also das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Mehr als als Poppys ist ungewohnt, sage ich jetzt mal. Da wir doch einen Burgeingang brauchen und ich diese Lücke hier nicht filmen möchte und auch nicht so lassen möchte, möchte ich hier in Turm bauen, wo man dann von den Turm aus hier in die Burg reinkommt. Dafür müssen wir den Berg hier wegmachen. Und wie man hier schon sehen kann, ist der Berg abgeflacht. Aber was ich jetzt machen muss, ist erstmal die Markierung entziehen für den Turm, der dann hier in die Burg rein leitet. Und das mache ich jetzt mal. Die Markierungen sind gesetzt. Der Turm ist natürlich ein bisschen höher als die Fassade hier, damit wir hier noch einen Turm so aufzumachen können, der dann mit so einer Brücke dann hier verbunden wird. Das wird auf jeden Fall ganz geil. Aber sich hier erstmal bauen muss, das ist der Eingang und die Fassade hier auch. Schade, es steht schon mal so weit. Aber was ich hier noch ein bisschen erinnern würde, wäre nämlich diesen Block hier abbauen und diesen Block hier abbauen. Und durch Quarz ersetzen von irgendeinem Quarz, das vielleicht ein bisschen cooler aussieht. Joa, also sieht schon mal ein bisschen besser so aus, auch von innen. Was ich aber noch machen muss, sind diese Zacken, die mache ich jetzt. Kann mir jemand aufklären, ob das jetzt Screaming Goat ist? Also ich glaube eher nicht. Aber das ist der Turm ist. Er ist jetzt nämlich fertig. Joa, also ich würde sagen, ja der ist mir schon gelungen. Ich würde vielleicht hier jetzt schon mal anfangen. Der Brücke. Und da würde ich hier drin so Wasseraufzüge so reinmachen, wo man so mit dem Wasseraufzüge hochfahren kann und nach unten fahren kann. Das ist auf jeden Fall echt geil hier. Okay, im Schnee fallen. Sie sind noch ein bisschen cooler und winterlicher aus. Ja, ich habe sie auch alles angewendet. Hier drin ist ein bisschen Bücher, Regale, ein bisschen Teppich. Wenn man dann hier hoch geht, kommt man hier oben dann an. Hier ist jetzt auch ein bisschen Teppich verlegt und auch ein paar Bücher, Regale. Vom Design ist es auf jeden Fall das Final mit dem Banner hier oben auch noch. Also designtechnisch gefällt mir. Ich habe ganz viel Copper und ganz viel Stuff geholt. Das ist nämlich alles, was wir bekommen haben. Und es meldet sich auch noch alles durch. Also wir brauchen jetzt ganz viel Ofenleistung hier. Das ist einfach so krank, was wir jetzt wirklich alles gemacht haben. Ich war jetzt so eine halbe Stunde in der Mine. Und ich habe jetzt einfach gefühlt, das, was wir im ganzen Projekt insgesamt brauchen werden. Wir brauchen nämlich ganz viel Goldmünzen und die können uns damit dann entscheiden. Ich gehe jetzt erstmal zur Eisenfarm und schaue mal, wie viel Porco ist die. Ja, könnte besser sein. Leute, es ist soweit. Ich habe hier ganz viel Eisen, was wir ausgeben können und ganz viel anderes Zeug, was wir ausgeben können. Ich kaufe es mal kurz im Blöcke um und das ist gleich beim Dorf wieder. Wir sind im Dorf angekommen und wir gehen zum Mitschmied. Oh Gott. Ich sage schon mal, dass es mehr als 5 Stacks was rauskommt. Also schätzungsweise. Wir haben schon 3 Stacks. Also 3,5 Stacks ungefähr. Jetzt muss ich erstmal alles hier verkaufen. Ich soll jetzt auch noch mal kurz ein paar Jahre. Ähm, ja. Also jetzt gab es schon ein bisschen raus, sag ich mal. Ich habe noch ein bisschen Eisen dazu verkauft. Davon haben wir und jetzt ein Eisen. Also, ich sage schon mal so, mit meiner Schätzung, was da alles rauskommt. Mit mehr als 5 Stacks. Boah, da bin ich noch nicht mal so nah dran. Im nächsten sag ich jetzt mal. Oh Gott, also. Also, eine halbe Stunde Arbeit für das, ähm, ja. Während ich das A-F-K war, ist natürlich die Eisen fahren, weil dann gelaufen, weil die ganzen Chunks hier geladen waren. Das ist, ähm, gut. Ich will ehrlich gesagt jetzt nicht wissen, was mir jetzt erwartet. Ähm, 20 Minuten A-F-K stehen. Nun, da wir hier unseren Turm, wo wir in unsere Burg rauf können, fertig haben. Würde ich schon mal so behaupten, da hinten sind zwei Schnellfüchse, weil nur ganz selten die Tiere. Naja. Würde ich hier jetzt einen Eingang zur Eingangshalle machen, damit wir dann hier so unsere Eingangshalle haben. Hier so ein paar Balkone, wo wir dann so von hier so aufs Dorf da abblicken können. Aufs letzter Portal, was vielleicht noch oben verschieben werden oder so, keine Ahnung. Und natürlich auch auf die Eisen fahren und zum Eingang müsst ihr auf jeden Fall auch mal hier alles. Okay, das ist jetzt alles fertig. Mir gefällt's. Die Biegen reflektieren sich im Bodenmuster. Hier kommt ein Felderbalkon hin und da hinten noch hier eine Treppe nach unten. Da unten kommt dann die Küche hin, wo dann die ganzen Köche unten kochen können. Hier kommt noch ein kleines Küchenlager rein. Der Biegen kommt noch woanders hin. Da unten, ja, weiß ich immer noch nicht, was ich da unten hinbaue. Boah, also schwere Entscheidung, was wir da unten hinbauen. Aber, boah, ansonsten hätte ich so irgendwie fast alles gemacht. Ich würde sagen, ich mache jetzt nochmal ganz schnell den Boden. Balkon runter, guck Platz, Dingsabumster. Der äußere Laufweg, Balkon, Dingsabumster, wo man so runterschauen kann, ist fertiggestellt. Was ich jetzt noch machen möchte, was ich in der letzten Folge vergessen habe, ist diese Fassade hier weiter zu bauen. Und ich musste erst mal Quarz kaufen und dann fange ich rein. Okay, alles ist jetzt hier fertig. Man kann das jetzt ja dann auch hier schon mal sehen. Also hier sieht man jetzt eigentlich nur die Hauptbahn. Also man muss sich so vorstellen, hier ist die Wand. Hier ist dann dieser Boden, der voller Schnee ist. Und da kommt dann hier so die Eingangshalle. Und von der Eingangshalle aus gibt es dann so hier so überall so Aufzüge so. In Wänden oder hier irgendwo versteckt halt so. Wo man dann in den höheren Etagen reinkommt. Wo er wahrscheinlich in der Mitte so ein Biegenstrahl und hier nach oben schaut. Das müsst ihr jetzt mir nochmal ein bisschen genau überlegen. Aber was ich hier erstmal machen möchte, wird diese zwei Berge hier entfernen. Weil ja, also mir gefallen die jetzt eigentlich nicht so, würde ich jetzt mal sagen.